Der Samstag startet im Nordosten und Südosten noch mit einigen zum Teil auch kräftigen Regenfällen und Gewittern. Im Westen dann nur noch vereinzelt Schauer und Auflockerungen. Am Nachmittag ziehen die Gewitter nach Osten weiter. Von den Alpen bis zur Oder kann es noch örtlich Starkregen geben. Sonst wechseln sich Sonne, Wolken und letzte Schauer ab. Die Temperaturen erreichen im Saarland nur 19 Grad. Im Osten ist es noch warm mit bis zu 25 Grad in der Lausitz. Am Sonntag gibt es nur noch ganz im Norden ein paar Regenschauer. Sonst setzt sich nach Auflösung von Frühnebel oft wieder die Sonne durch. Auch die Temperaturen steigen an und erreichen am Dienstag örtlich 29 Grad. Lärm wieder dauert Das muss wieder die Temperaturen reinge, um die Temperaturen schief in den Alten ein paar Jahren. Langsam nur noch ein bagser